Jetzt zu den Modellen. Also ganz, ganz entscheidend ist natürlich die Höhe. Also zumindest, dass es auf der Armutsrisikogrenze ist. Wir wissen ja so aus der Glücksforschung, ab einer gewissen Höhe des Einkommens gibt es keinen Zusammenhang zwischen mehr Geld auf dem Konto und mehr Glück und mehr Zufriedenheit. Aber unterhalb der Armutsrisikogrenze ist es einfach auch ein objektiver, negativer Zusammenhang. Das heißt, die Höhe, es nützt ja nichts, wenn du ein Grundeinkommen von 200 Euro jeder bekommt, aber davon nichts abgesichert ist. Dann ist es für die einen ein nettes Zubrot und ein bisschen mehr Taschengeld und für die anderen, die kommen gar nicht über die Runden. Das zweite, was ich total wichtig finde, ist, dass nicht aus Versehen, weil wir alle so begeistert von dem Label Grundeinkommen sind, wir andere wichtige soziale Leistungen kürzen oder abschaffen. Also um es mal konkret zu verdeutlichen, für einen Menschen mit einer Behinderung, einer Beeinträchtigung, der auf regelmäßige tägliche Assistenz angewiesen ist, der kommt mit, selbst das höchste Grundeinkommen, was gibt es da, 1500 Euro, kommt der nicht weit. Weil der muss ja täglich Assistenzdienste bezahlen. Und da muss man aufpassen, dass die nicht nebenbei irgendwie weggekürzt werden. Oder ich sage das auch, ich warne davor so eindringlich, weil wir hatten jetzt schon erlebt, dass es ein Modell gab für ein Krisengrundeinkommen, wo ich mich erst total gefreut habe, dass es eine Petition gab. Und dann wurde diese Petition untersetzt mit einem Modell, wo auf einmal Kürzungen in anderen Sozialbereichen drinne waren. Unter anderem beim Krankengeld und im Kita-Ausbau und, und, und. Und das geht natürlich nicht, weil das sind ja Leistungen, die trotzdem weiterhin notwendig sind. Und da braucht es auch eine entsprechende Fachkenntnis und Sensibilität für soziale Leistungen, die auch, wenn wir alle ein super tolles Grundeinkommen haben, weiterhin total unverzichtbar sind, weil man ansonsten andererseits Menschen womöglich in Nöte bringt. Und dann gibt es einen Unterschied in der Frage der Finanzierung. Als Linker ist das jetzt vielleicht auch nicht überraschend, dass wir natürlich sehr für Umverteilung von oben nach unten sind. Man kann das sozial begründen. Ich habe es vorhin am Anfang auch schon mal ökologisch begründet, wo ich finde, Reichtumsbegrenzung ist auch eine Frage des Klimaschutzes. Und deswegen finde ich das Modell zu sagen, du machst das eher über stärkere, zu Kasse bitten, des reichten Drittels zugunsten der mittleren zwei Drittel besser. Ich würde mich jetzt nicht total auf Einfinanzierungsmodell festlegen. Also es gibt ja auch so Mischformen, dass man sagt, du hast eine Grundeinkommensabgabe nach Nettoeinkommen, man kann dazu dann noch eine Steuer anderer Art einführen, auf Transaktionen und so weiter. Da kann man ganz viel kombinieren. Da bin ich jetzt überhaupt nicht dogmatisch, was es anbelangt. Aber ich bin sehr entschieden dafür, erstens sicherzustellen, nicht als Kollateralschaden wichtige Sozialleistungen abzuschaffen. Und zweitens, es darf nicht dazu führen, dass am Ende automatisch die Reichen reicher sind und die Ärmeren gar nicht mehr haben als bisher. Und das Althausmodell, das wurde ja manchmal als Bürgergeld bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich euch erinnere, das ist lange her, da hatte Thüringen noch nicht Bodo Ramelow als Ministerpräsident, sondern CDU-Ministerpräsident. Der hieß Althaus, der hat ein Modell gehabt, das haben viele als Grundeinkommen wahrgenommen. Da haben wir uns mal die Verteilungswirkung angeschaut und die hatten genau diesen Effekt. Die Reichen hatten am Ende wundersamerweise mehr Geld in der Hand, die Ärmeren eher weniger.